Nach einem langen Prozess folgt nun der Schuldspruch für Anton Schlecker, für seine beiden Kinder, ist die Strafe empfindlich. Das Stuttgarter Landgericht hat die Schlecker-Familie verurteilt. Quelle, Julian Stratenschulte, deutsche Presseagentur Das Stuttgarter Landgericht hat die Schlecker-Kinder, Lars und Maike, zu Freiheitsstrafen verurteilt. Ihr Vater Anton, erhielt eine Bewährungsstrafe. Unter anderem wegen Insolvenzverschleppung und Betrugs, sollen Lars und Maike Schlecker ins Gefängnis. Im Fall von Lars beschlossen die Richter zwei Jahre und neun Monate Haft, im Fall von Maike, zwei Jahre und acht Monate. Der frühere Drogeriemarktunternehmer selbst bekam wegen Bankrotz eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren.